Chaos macht Spaß! Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und wir haben ein Countdown Chaos Jam für euch vorbereitet. Und damit das Chaos direkt losgeht, kommt die größte Ankündigung zuerst. Wir haben keine festgelegte Hauptthematik. Es gibt kein Hauptthema, an das ihr euch halten müsst. Ihr könnt quasi tun und lassen, was ihr wollt. Aber es gibt natürlich trotzdem Einschränkungen. Einschränkungen. Und zwar haben wir eine umfangreiche Liste mit Gameplay-Mechaniken und ihr wählt von dieser Liste drei Mechaniken aus, mindestens drei Mechaniken und macht daraus euer Spiel. Das sind wirklich richtig chaotische Gameplay-Mechaniken und ihr werdet extreme coole, kreative Ideen damit umsetzen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie chaotisch das Ganze wird. Ihr könnt jede beliebige Game-Engine verwenden. Das heißt, ihr könnt das Ganze mit RPG-Maker programmieren. Mit jedem RPG-Maker, den ihr zur Verfügung habt, könnt ihr das Spiel entwickeln. Ihr könnt aber auch Unreal Engine, Unity Engine, Godot Engine verwenden. Oder ihr nehmt OpenGL und programmiert euch einfach von Grund auf eine eigene Game-Engine. Alles möglich, wenn ihr das schafft in der Zeit. Da bin ich mega gespannt, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, meine Community wird dort hauptsächlich die RPG-Maker verwenden. Aber es ist erlaubt. Lokalisierung sollte allerdings auch deutsch sein. Also die Spiele können gut und gerne zweisprachig, dreisprachig oder so sein. Aber es sollte eine deutsche Lokalisierung vorhanden sein. Sonst könnt ihr nicht teilnehmen an dem Jam. Also das sollte möglich sein. Je nachdem, wie viel Sprache, Schrift ihr in dem Game habt, ist es natürlich auch möglich, das Ganze einfach simpel mit Deeple zu übersetzen. Ähm, ja. Also das sollte kein Problem sein. Also ihr könnt das Ding auch mehrsprachig machen. Aber Deutsch muss enthalten sein. So sollte bei meiner Community auch kein Problem sein. Denke ich zumindest. So, wann startet das Ganze? Das Ganze startet am 31. Mai. Da bekommt ihr dann die Liste mit den Gameplay-Mechaniken. Und könnt euch dann zusammen hinsetzen oder alleine euch Gedanken machen. Welche Mechaniken wollt ihr reinnehmen? Welche Engine wollt ihr verwenden? und so weiter und so fort. Habt genug Zeit für die Planung und für die Durchführung, für die Produktion eures Spiels, für die Entwicklungsphase. Ähm, ich hoffe, ihr habt dann eine mega coole, kleine Idee. Plant nicht zu groß. Ihr wisst, die Zeit ist knapper, als sie am Ende dann aussieht. Oder am Ende knapper, als sie am Anfang aussieht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich quatsche wieder total. Dünsche ist. Ähm, okay. Okay. Ich denke mal, es ist soweit alles klar. Kommen wir zu den Preisen. Das Forum und ich setzen uns zusammen für den Jam. Das Forum ballert richtig geile Preise raus. Ich verlinke dann auch alles in der Videobeschreibung zum Forum. Ähm, damit ihr das dann auch nochmal lesen könnt, was sie geschrieben haben. Da sind vielleicht noch ein paar Sachen, die ich hier vergessen habe. Und ich persönlich packe in den Lost Topf 4x25 Euro beliebiges Guthaben. Also kein Steam-Guthaben, sondern von mir aus auch für Playstation oder für Xbox oder, ähm, was auch immer ihr da haben wollt. Und wichtig ist, dass ich das irgendwo online, die Gutscheine dafür kaufen kann. Das wäre cool. Ähm, ja. Aber da kaspern wir uns dann aus, sobald ihr gewonnen habt. Die Preise werden natürlich wieder per Zufall verlost. Ähm, live auf meinem YouTube-Kanal, damit ihr auch seht, dass alles bei, äh, mit rechten Dingen abgeht. Ähm, also zugeht, nicht abgeht, sondern zugeht. Und ihr könnt maximal einmal 25 Euro gewinnen. Also ihr könnt da nicht zweimal 25 Euro gewinnen oder gar viermal. Ey, Shoujo, ich kenne dein Glück. Ja, Shoujo, du bist gemeint. Ähm, einmal höchstens, okay? Aber ich denke mal, einmal reicht. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Klickt nochmal in den Link in der Videobeschreibung. Klickt ins Forum und schaut es euch da an. Schreibt hier unten einen Kommentar, was ihr denkt. Habt ihr Bock mitzumachen? Nein? Ja? Vielleicht? Seid ihr gespannt auf die Gameplay-Mechaniken? Schreibt uns einfach hier in die Kommentare. Und ich sag an der Stelle, Tschaui und Tschüssli!